Ich glaube, ich habe mich schon mal eingefroft. So. Ja, also. Das hätte ich wahnsinnig. Ich habe jetzt bei 82400 auch nicht mehr 20 Stunden bekommen. Das fuckt mich ab, ey. Das fuckt mich sowas von ab. Das ist eine scheiß Aufklärung hoch 3. Nur 30, ja. Das soll mir mal erklären, was die daran so geil finden, wenn sie mir das Plays angucken, ja. Was daran so scheiß interessant sein soll. Ja. Das macht doch echt keinen Sinn, also. Leute, das soll ich sagen, also. Ich finde, es soll auch so kleine Wetter beenden. Hm. Ist auch ungefähr Anna gegenüber. Ach, also diese Lost Plays, also, ne. Ich werde mal in meine Hülle hier reingucken, weil die da am Dorf ist. Obwohl ich sie in der Piranien sein soll. Hm. Wolle. Ja und Wolle. Da kann man aber sehr schnell sterben, ja. 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 Ja, also wirklich, ey. Also, 3, 400 Aufrufe in 20 Stunden, ey. Kein geiles Display, sondern Höhenlosplays, ja. Und... Das sieht nicht hin. Das sieht doch nicht hin, dass sie da 400 Aufrufe machen, ey. Ne Drecksaufgehälung. Das ist doch nicht... Das ist, äh... Hm. Und ich bleiben zusammen. Hier drinnen. Hm. Scheiße, Tom. Komm, nur sag doch. Was hast du getan? Ich lieb es hin. Oh, scheiße. Ich finde doch was, du kannst doch sowas. Ja, also... Ich weiß nicht, was wir heute machen, so einen kurzen Part. Ja, das Place ist wagen, ja. Hier haben wir auch mal eine ordentliche Treppe hochbunkern zum Bunker. Hm. Und da das auch gibt für mich, das scheiße Place, ja. 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 Oh, die Mucke finde ich geil. Schade, dass wir die nicht als, ähm... als Hons weghaben. Hm, wo ist ne Grafting-Table? Hier. Nein. 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 Sind sie halt unifiziert? Nein. Doch, ist er, glaube ich. Wir sind hier nicht mehr. Aber kleine Notlungen sind ja erlaubt. Nur Thomas hat hier ein Gegenteil sein. Wir darf überhaupt nicht lügen, aber... Komm schon. Kleine Notlügen, das ist doch nicht schlimmes hier. Da kann man sehen, da kann man sehen, dass die Oberheben streng ist hier. Liebevoll, aber streng, ja. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ja, weil ich da nicht wissen, wie ich noch an Tode gedacht habe. Ich kann immer sagen, Suizid ist halt schön, nicht? Das, ja, ja. Hm. Warte... ... ... ... Ja, muss ich aber sagen, wie das dreckige, höllige WageKiddy Lost Place, ja so, ne, WageKiddy Lost Place, wie soll ich das bezeichnen tun, der ist doch so, ich muss ja meine davon halten, wenn die das nicht online aufgallen tun, das ist doch die Hölle hier. Ja, 400 Aufrufe, niemals 20 Stunden, ich hab 190 Abonnenten und dann sowas, ey. Wenn sie ein Display machen können, ja das wäre geil, aber nö. Muss ja wieder WageKiddy sein, WageKiddy, 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 WageKiddy. Ja. Ja. Ich glaube, ich bin nicht in den Fallschaden eingegangen. Ja und ja. Jetzt ins Museum. Irgendwann ist sie dann scharf, du musst erst mal töten, ja. WageKiddy, 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 WageKiddy. Ich glaube nicht kaputt, aber ihr könnt rumbrüllen, ein bisschen wahnsinniger. Ja. 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 Und ja. Ja, ja. Er ist sogar auf der Mackie-Mackie-Playlist da. Vor der Autobahnfahrt, nee. Da wird er mich umdurch fragen, aber das ist ein liter scheiß Alltag, ja. Nein, ich muss fast hier im Alltag sein. Am Montag ist ein Gott den, den man glaubt. Ja, Thomas Lina ist an die Hofer gehen, aber ich glaube nicht, dass er mich anerkennen tut, weil... ...dass ich ein Minecraft-Kind bin, ja. Ja, ich wissen, dass Jiri schon passiert mit der Vision, aber... Bevor ich die Argo verziehen habe, will ich mich trotzdem beibehalten, weil das geil ist, ja. Ja. Das muss ich sagen, also ich fühl die Vision beibehalten, weil das so geil ist, ja. Ich bin jetzt schnurr. Ich bin jetzt ja gar nicht mit dem Überschuss, denn der waré. Ich bin halt mit dem Fiss und dann schnurr терри. Ich dachte, wenn du mal helps Linux played zusammen Marius fuckin rejoice in emergen. Nee, du schwer und so angekommen. L badass geschautes Me Sand passen oder so. Oh, das sieht richtig aus. Und dann glaubt ihr, glaubt ihr, die Sklave und das Placepin, alter, den ihr diese Stinkefingerkarte gerade so hochgeladen habt, heißt ihr genießen, was ich mit Stinkefingerkarte gerade meine. Ich schätze das Placepin ist ohne Mord anklagen, ja. Das Placepin ist besser, okay, so sieht es aus. Ich will ja noch ein paar Fragen, ach, sind die Frösche, die so ein Räusch machen. Ich denke, ich will nicht hochgeladen, dass die überall spawnen, obwohl ich bloß hab. Sollte ich nicht mehr auf dem Bus ansehen, als den Sümpfen spawnen, oder in Wargebieten, ja. So. So. Jut. Dann haben wir schonmal einen kleinen Eingang, so. 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 Wenn ich mich jetzt noch ein paar Folgen anbauen. Ohne? Hier. Ja. Poin. Da gab es viele auf dem Landstaaten, woche Autobahnen hier. Doch wirklich, also wenn wir in den Szenen, dann gab es keine Autobahn in Polen. Aber der gute alte Elini hat er nicht für die Infoschutu getraut, in Grenzeiten ja. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Also, hier brauche ich noch. Es ist die Schulfel kaputt, in Ordnung weißt du Scheiß drauf. Jetzt brauche ich erstmal für die Fallschadenhöhle was. Und... ... ... ...